Ein absolutes Corona-Wunder, eine schöne Geschichte, wirklich sehr lehrreich für uns alle. Wenn du weiterhin dynamische Videos sehen möchtest, dann abonniere diesen Kanal mit der Glocke. In einem Seniorenheim in Deutschland waren ab März 2020 einige der Bewohner mit dem Coronavirus infiziert, aber keiner ist gestorben. Und man hat sich gewundert, warum ist das so? Und in Polen ist es genau gleich gewesen. Das heißt, im Seniorenheim waren einige Bewohner zwar infiziert, aber nicht gestorben. Und dann hat man herausgefunden, dass die Bewohner einen höheren Vitamin-D-Spiegel haben. Das heißt, sie bekommen täglich Vitamin D3. Weil wir haben keine Möglichkeit, von Oktober bis März über das Sonnenlicht Vitamin D zu bilden. Das heißt, wir sollten Vitamin D3 zu uns nehmen. Und wenn du dann noch Magnesium, das Mineral, dazu nimmst und in die frische Luft gehst und auf deine Ernährung achtest, dann bist du richtig gut aufgestellt. Und in diesem Video zeige ich dir die Wirkung von Vitamin D3. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich schon drauf. Fiati!